Ich denke, es sollte jedem klar sein, dass das von der Kupplung übertragbare Drehmoment um einiges höher sein muss, als das vom Motor abgegebene Drehmoment. Sonst würde ja bei jeder kleinen Störung, also Feuchtigkeit auf den Belegen, die Kupplung sofort durchrutschen und sich selbst zerstören. Man geht davon aus, dass 20 bis 30 Prozent Reserve angebracht sind. Und zur Bestimmung der richtigen Kupplungsbauteile gibt es große Tabellen der Hersteller, wo man verschiedene Reibwerte, verschiedene Durchmesser, verschiedene Materialien, verschiedene Anpresskräfte heraussuchen kann, um dann die Kupplung für den Motor auszuwählen. Und man hat in der Regel immer einige Varianten zur Auswahl. Wie ist eine Mitnimmerscheibe aufgebaut? Denken Sie daran, dass ein Motor Drehschwingungen erzeugt, extrem bei einem Einzylinder. Wir haben einen Arbeitstakt, da bekommt der Motor richtig Schwung, dann wird ausgestoßen, angesaugt und sogar nochmal verdichtet und dann kommt erst der nächste Schwung. Dazwischen liegen dann immer 720 Grad, also zwei Kurbelwellenumdrehungen. Und das bedeutet größere Schwingungen. Selbstverständlich. Je mehr Zylinder der Motor hat, umso geringer werden diese Schwingungen. Man versucht, diese Schwingungen, die natürlich über die Kupplung in das Getriebe eingeleitet werden, zu reduzieren. Und dazu dient der Aufbau unserer Mitnehmerscheibe. Wir haben einen inneren Ring mit einer Narbe. Diese Narbe hat Innennuten und sie ist auf den Nuten der Getriebeeingangswelle verschiebbar, axial verschiebbar, aber drehfest verbunden. Wir haben einen separaten äußeren Metallring, auf dem die Belege beidseitig aufgenietet sind. Und diese beiden Ringe, der äußere und der innere, die sind, wenn ich alle Elemente demontiere, sind sie beide lose, hängen sie nur zusammen. Tatsächlich aber werden sie verbunden mit den Torsionsfedern. Und wenn sie sich jetzt verdrehen wollen gegeneinander, dann wirken diese Torsionsfedern als Dämpfungsglied. Da Federn auch kein großes Eigendämpfungsverhalten haben, sitzen zwischen diesem inneren Ring und dem äußeren Ring auch noch so etwas wie Reibscheiben und diese Schwingungen, die dort noch auftreten, auch nochmal zu dämpfen. Und Sie sehen, die vom Motor eingeleitete Drehschwingungen, die über Schwungrad, Mitnehmerscheibe kommen, dann in den inneren Ring gehen, durch die Torsionsfedern gedämpft werden. Die kommen im Getriebe schon stark gedämpft an und so werden die Zahnräder im Getriebe geschont. Kupplungsbelege können aus sehr unterschiedlichen Werkstoffen bestehen. Gesinterte Scheiben oder organische oder Keramikbelege. Eines ist allen aber gemeinsam. In der Vergangenheit, in vor 20, 30 Jahren, gab es diese Belege mit Asbest verbunden. Asbest ist ja ein Werkstoff, der sehr hitzebeständig ist zum Beispiel und in vielen Bereichen angewendet wurde. Der Asbest hat aber den Nachteil, dass er sehr, sehr gesundheitsgefährdend ist, lungengängig ist, ganz kleine wie kleine Mikrofeile, die sich in der Lunge absetzen und am Ende zu Krebs führen. Deshalb hat schon seit langer Zeit der Gesetzgeber diese Werkstoffe verboten und Sie können sicher sein, egal welche Kupplungsscheibe Sie auch einbauen, sie ist asbestfrei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.